Wir sind heute bei einem der größten Produzenten von Automobil- und Flugzeugmodellen. Wer sich in der Nutzfahrzeugbranche auskennt, hat sicherlich schon mal etwas von Herpa gehört. Was das genau mit KRONE zu tun hat, schauen wir uns heute einmal genauer an. Hallo Herr Prinz zu Leinig, vielen Dank, dass Sie uns heute willkommen heißen und wir zu Gast bei Herpa sein dürfen. Mich würde interessieren, ob die Fertigung maschinell oder per Hand erfolgt und vor allem, wie hat sich das Ganze mit der Zeit entwickelt? Da jedes Modell ein Einzelstück ist, wird heutzutage die Bedruckung und die Montage immer noch per Hand gemacht und eine Automatisierung ist nicht möglich. 1980 wurde das erste LKW-Modell vorgestellt, welches den Grundstein eigentlich für die Produktvielfalt von Herpa heute darstellt. 2006 wurde das erste KRONE-Modell in Zusammenarbeit mit KRONE produziert und hergestellt und jetzt besteht unser Produktportfolio aus PKWs, LKWs und Flugzeugen und verschiedenen Kränen und Baufahrzeugen. Wie kann ich mir so eine Konstruktion vorstellen? Erhalten Sie meinen Bauplan und Fotos oder schauen Sie sich manchmal auch das Original an? Da wir eng mit den Herstellern zusammenarbeiten, erhalten wir meistens die CAD-Daten vom Hersteller. Wenn es keine Daten gibt, wird es nach Fotos, Vorbildern und Originalen rekonstruiert. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Um uns den Entstehungsprozess einmal genauer anzusehen, begleiten wir eines unserer KRONE-Modelle durch die Produktion. Hallo Herr Graus, welche Stationen durchläuft das Modell in der Produktion? Hallo Frau Wagner, beim konkreten KRONE-Auftrag war es erstmal bedingt durch die Neukonstruktion von dem Heckunterfahrschutz, haben wir begonnen in der Konstruktion mit der Zeichnung von dem Heckunterfahrschutz, dann anschließend im Formenbau und dann beginnt die eigentliche Fertigung erst in der Spritzerei mit dem Fertigen der Kunststoffteile und der Bedruckung in der Druckerei. Und zum Abschluss noch die Montage und die Verpackung der Modelle. Wir haben heute spannende Eindrücke bei Herfa gewonnen und freuen uns auf die neuen Modelle.